Musik Jawohl und herzlich willkommen zurück. Wir betreten nun voller Erfurt von Areen! Hauptzwerg, äh... Area 6. It's almost over! We're in your debt! Come back in one piece, Fox! Area 6 ist die letzte Verteidigung von Velen. I came in here. No problem. Do you copy? Emergency Maneuver! Emergency Maneuver! Tja. Too late. Game over, pal. Game over, pal. Okay, pal. Pedigree, pal. Whatever the hell. Okay, legen wir los. Wahrscheinlich die härtesteste Stage im Spiel. Oh, ich hoffe, ich komme hier wirklich an einem Stück durch. Oh! Ja, fängt gleich mal gut an. Ein paar Minen, die wir mal eben schnell aus dem Weg räumen. Oh! Oh! Oh shit, oh shit. Aber die müssen wir schnell beseitigen, denn wenn wir in diesem Level einen unserer Kameraden verlieren, dann ist das fürs nächste Level ziemlich schlecht. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Warum das so ist, werdet ihr dann erfahren, wenn wir das nächste Level betreten. Erstmal müssen wir hier durchkommen. Bisher sieht das ganz ordentlich aus. Oh man, du kannst nicht mal ein Garagentor treffen, glaube ich. Äh, ne, goldener Ring. Genau. Ganz wichtig. Ich weiß nicht. Aber nicht schlecht. Habt ihr auch so ne Schussfrequenz? Ah nee, die haben ja etwas schnellere. Und sie helfen mir ja tatsächlich. Scheiße! Ohhhh... Scheiße ey. Ja, die anderen schießen viel zu lahm, ey. Oh kack. Die Open Emission glaube ich nicht mehr. Oh, die hat auch so viel Schaden gemacht. Oh shit. Ah, das hat Vorrang hier zu retten. Oh Gott, oh Gott, nein! Boah, und auch noch... Auch noch Beschwerden, ey. Ich glaub ich spinne, Mann. Ich hab hier echt meine eigenen Probleme. Ah, jetzt kommt der olle Affe auch noch mal hier. Blockiert meinen Funkanlagen. Auch mal jetzt ein Checkpoint oder einen goldenen Ring. Das wär jetzt mal echt nicht schlecht. Du hast doch bestimmt was, oder? Yeah! 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 Ausgezeichnet! Nicht, dass ich ihn gebraucht hätte, aber... Naja, wie heißt es noch so schön... Dass hier ist nicht so wie über Rübenfelder fliegen, Junge. Oh, ein Checkpoint. Aber ich werd dir... Pass auf, du. Ich werd nicht nur eure Verteidigungslinie durchbrechen. Wenn das hier nicht ein Nintendo-Spiel wäre, würde ich dir auch deine Knochen brechen, Junge. Oh mein Gott, der Ring, der ist wichtig. Nice. Oh Mann, die werfen uns echt hier alles entgegen, was sie haben. Äh... Sind wir nicht in eurer... Zweiten Linie und warum klingelt es jetzt schon wieder an der verfickten Tür? Warten wir mal, ich sollte mir echt... Abgewöhnen, äh... Freitags... Nach der Arbeit aufzunehmen, denn... Irgendwie stehen die da immer vor der Tür. Ob's nun die Post ist, oder... Irgendwelche... Gottverdammten Vertreter... Äh... Das ist echt furchtbar. Naja, egal. Oh Scheiße, unser Frosch geht gleich drauf. Oh Scheiße, Scheiße, ne... War echt aufm Sack, echt schon wie ich das befürchtet hatte. Ah, komm schon, Freunde. So... Wow... Die letzte Linie ist auf dem Weg! Oh, haben wir eine Medaille erreicht? 300 Abschüsse? Nein, wir sind einfach nur gut und haben Skills. Okay, deploy jetzt! Oh je, Boss-Time. Ah, ich glaube ich weiß noch was das ist. Ah ja, genau. Fire, fire, destroy the core! Wie es so schön in Gradius heißt. Okay... Wir werden noch gut mit Energie versorgt. Also gut. Ähm... Erst zerstören wir die Tentakel. Dann müsste er glaube ich seinen Links da aufmachen. Seine... Seine... Luke da. Erstmal ballert er noch fröhlich weiter mit Raketen. Aber ich werde nicht noch gut mit Energie versorgt. So... Dann öffne dich mal. Genauso... Ah ja, genau. Zerstören die Linie. Schieße ein bisschen weiter auf den Kern. Ah, ich glaube damit er sich mit wen endgültig angreifen kann. Dann müssen wir das Ganze jetzt noch einmal durchziehen. Okay, da sind wir auch im richtigen Weg. So, weg mit dem Tentakel. So... Oh je, was hat er denn... Oh nein. Was hat er denn jetzt vor? Oh je. Oh... Der Regenbogenstrahl des Todes. Ja... War wohl nix, ne? So... Ja... Das habe ich vorher auch schon gemacht. Ah... Jetzt können wir ihn angreifen. Destroy your core! Nice! Da haben wir es doch, hä? Ja, Freunde. Ich würde sagen... Das war's denn für euch. Könnt ihr aber einen schönen Kern auf dem Altmetall wieder zusammensetzen. So... Dann bleibt ja nur noch eins, ne? Was es zu tun gibt. Sehr schön. Unsere Kollegen sind alle schön mit Energie vollgestopft. Genau das brauchen wir nämlich jetzt fürs nächste Duell. Sehr schön, sehr schön. Dann wollen wir doch mal, ne? Dann wollen wir doch mal, ne? Das kann ich nur unterstreichen, ja. Warum brauchen wir unsere Kollegen denn jetzt... Was? Ups! Ja, kommen diese Vollidioten nämlich an. Oh man, ne? Ja, und warum ist das... Warum ist das kacke, wenn... ...die Kollegen nicht da sind? Weil die dann alle nur einen, und zwar... ...nämlich mich verfolgen. Und das nervt tierisch. Dann können die... ...echt sogar mal ein bisschen gefährlich werden. Ansonsten haben die eigentlich nicht viel drauf. Man kann die durch die... ...schönen Loopings hier austricksen. Und dann mal vom Himmel pusten. So zum Beispiel. Nice! Das kann nicht passieren! Tja, aber sonst haben die eigentlich nichts drauf. Hey! Nice Flugzeug, Leute! Na, komm her! Ja, 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 erzähl das deiner Oma. Die interessiert sich vielleicht dafür. Wenn ich gegen die verlieren würde, dann... ... das wäre schlimmer, als wenn ich im ersten Level draufgegangen wäre. Oh yeah, jetzt noch einen goldenen Ring. Das wäre optimal. Ah, nicht mehr lange. Ah, komm schon her, mein Freund. So. Jetzt bremsen wir mal. Machen wir eine... ...ganz starke Drehung. Und dann... ...it's their down! Haha! See you at the party, Rita! Oh shit, ja. Ich ahne schon Schlimmes. Ich ahne schon Schlimmes.